Hallo und grüß Gott zum Montagsinterview aus der Börse München. Heute mit Norbert Betz, dem Leiter der Handelsüberwachung. Herr Betz, das Ereignis der vergangenen Woche war sicher die Wahl in Frankreich, die der Sozialist Hollande erst einmal für sich entschieden hat. Was hatte das für Auswirkungen auf die Märkte? Wie reagierten die Kurse? Gut, die Märkte sind aktuell mit zwei Prozent im Minus. Wie viel davon auf die französische Wahl zurückzuführen ist, ist eine rein hypothetische Frage. Ich möchte noch den Aspekt auf zwei andere politische Ereignisse vom Wochenende lenken. Sowohl in den Niederlanden, also von Hollande nach Holland. Dort bahnt sich eine Regierungskrise an. Dort konnte man sich am Samstag nicht auf einen neuen Haushalt, der den Sparzielen gewidmet ist einigen. Eine ähnliche Situation haben wir in Tschechien. Bei Holland kam da eben hinzu, dass dort möglicherweise das AAA dann von Fitsch entzogen wird. Und das wäre eine ganz neue Dimension auch in der europäischen Schuldenkrise. Trotzdem nochmal zurück von Holland zu Hollande. Er wird ja wahrscheinlich doch auch die Stichwahl gewinnen. Wenn das so sein sollte, bisher haben die beiden größten Euro-Länder, Frankreich und Deutschland, ja sehr gut harmoniert. Man sprach von dem Dream-Team Mercosy. Das wird sicher nicht mehr so sein. Wie werden die Märkte darauf reagieren? Zumindest aus Sicht der Franzosen. Sarkozy hat es ja wirklich auch geschafft, sowohl Angela Merkel als auch indirekt dadurch den deutschen Steuerzahler am Nasenring durch die Manege zu führen. Wir Deutsche haben doch durchaus mannigfaltig Geld und auch Garantien in den Ring geworfen. Ich denke, das hätte kein anderer besser machen können aus französischer Sicht. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich eine Veränderung immer auch etwas Unsicheres für die Börse. Unsicherheit ist an der Börse nicht gewünscht. Jetzt möchte ich doch nochmal, zu unserer aller Überraschung, hat sich der IFO-Geschäftsklimaindex wieder, ich glaube zum sechsten Mal positiv entwickelt. Negiert die deutsche Wirtschaft die Krisen, die sich ja wieder abzeichnet oder was ist da los? Nein, die Wirtschaft nimmt das zur Kenntnis, was sie sieht, anhand ihrer Auftragseingänge, der Kundenkontakte. Und wir haben ein sehr, sehr differenziertes Bild. Während die Südeuropäer wirklich schon in einer richtig tiefen Rezession eingetreten sind, brummt das Geschäft in Deutschland noch. Wir haben niedrige Löhne, wir sind gut positioniert. Und das kann schon nach ein paar Monaten und Quartale so weitergehen. Herr Bitz, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank fürs Zusehen. Sie haben es gehört, in Deutschland ist die Stimmung noch sehr positiv. Wir hoffen, es dauert noch eine Zeit lang und bleibt uns erhalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Montag. Wir holen Sie einen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020